Ich fahre mit dem Rad meiner Frau zur Hedwig's Quelle. Und das wird eine Videoantwort für Christoph von Schnorres 58. Bis gleich. Das mache ich mit dem Rad meiner Frau, wo ich den Sitz ganz nach hinten gestellt habe, weil dieses Rad eine bessere Gangschaltung hat und ich es damit hier hoch schaffe. Ich habe es gleich geschafft. Jawoll. Da ist er. Früher hing hier ein Schild, dass es Trinkwasser ist. Aber in diesem Video geht es um etwas anderes. Nämlich um Holzlocken schnitzen, irgendwas mit einem Messer, was man beim Busch-Crafting braucht. Den Ast habe ich gerade im Gebüsch liegen gesehen. Den habe ich gerade hier gebrochen. Und der sieht trocken aus, hat richtig schön geknackt. und den werde ich jetzt verwenden. So, dann befeste ich jetzt mal schnell meine Kamera hier an meinem Stativ. Und dann geht es weiter. Wenn ich einen sauberen Anfang habe hier, dass ich nicht mehr abrutsche, dann gehe ich auf ein Stück Holz und schab dann die langen Locken. und dann gehe ich weiter, wenn ich einen hier. So, dann habe ich gehört. Vielen Dank.